Moin ihr Lieben, ich habe heute mal ein etwas anderes Video für euch und ein sehr kurzes, da ich nur eine kurze Ankündigung machen möchte. Und zwar wird es eine kleine Änderung auf dem Channel geben, das habt ihr mit Sicherheit jetzt auch schon gesehen, wenn ihr auf meinen Channel geklickt habt. Ich habe den Channel umbenannt in Pawsey Games, einfach aus dem Grunde, dass mir der alte Name nicht mehr so richtig gefallen hat. Bin da sozusagen so ein bisschen rausgewachsen in Anführungszeichen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich benenne das Ganze um. Und Pawsey Games ist es nun geworden. Es soll ein Mix sein aus Paw, also Pfote, weil ich meine Katzen gerne ein bisschen mit reinbringen wollte, da sie ja doch sehr häufig in den Aufnahmen vertreten sind, sehr lautstark. Also es hat sich zusammen aus Paw und Cozy, weil wir ja viele Indie-Titel spielen, also eigentlich ja nur noch Indie-Titel spielen. Und diese Indie-Titel haben ja meistens auch irgendwie so ein bisschen so ein Cozy-Vibe. Deswegen habe ich mir gedacht, das bringen wir ein bisschen mit rein und deswegen wird es Pawsey Games. Ja, lasst mir doch eure Gedanken zu dem Game gerne mal, äh, zu dem Game, genau. Lasst mir doch eure Gedanken dazu, zu dieser Änderung gerne mal in die Kommentaren da. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr seht hier übrigens ein bisschen Gameplay von Backpack Battles, heißt es, glaube ich. Ähm, beziehungsweise meine kläglichen Versuche, mich da so ein bisschen durchzuspielen. Ich habe das Game zwar nicht gerade erst angefangen, aber bisher nicht so intensiv gespielt. Dementsprechend spiele ich das immer so ein bisschen vor mich hin und versuche so ein bisschen neue Kombinationen rauszufinden. Aber darum geht es hier gar nicht. Wie gesagt, der Channel heißt nun anders. Lasst euch nicht irritieren. Auf den Channel ändert sich ansonsten nichts. Also die Games, die wir spielen, bleiben die gleichen. Die Art und Weise, wie wir die Games behandeln bleiben, das bleibt gleich. Ähm, die verschiedenen Genres, die wir spielen, bleiben auch gleich. Also wir werden weiterhin Cozy Games haben, wir werden weiterhin Simulatoren haben. Wir werden auch weiterhin das ein oder andere Horrorgame mitnehmen, wenn ich irgendwie was Schönes finde. Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr will ich von eurer Zeit gar nicht in Anspruch nehmen. Wie gesagt, lasst mir in den Kommentaren gerne, lasst mich da gerne wissen, was ihr davon haltet. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und wir finden hier von nun an unter Horsey Games zusammen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend und wann auch immer ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt, was ich auch immer mache. Also es kommt auf jeden Fall noch The Casting of Frank Stone. Ähm, ich habe noch ein paar Demos aufgenommen an Simulatoren. Die kommen auch über die nächsten Tage. Freut euch drauf. Es sind ein paar lustige Dinge bei. Und ansonsten, bis dahin.